Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA-Podcast zu dieser News. Lasst gerne eine Bewertung bei iTunes da oder ein Follow bei Spotify, falls euch dieser Podcast gefällt und auf YouTube ein Kommentar mit eurer Meinung. Denn heute gibt es Titelkampf-News und zwar wird Kamara Usman voraussichtlich im Februar-Pay-Per-View bei UFC 258 am 13. Februar gegen Gilbert Burns treffen. Damit sehen wir endlich den Kampf zwischen den beiden. Und letztens hatte ich ja schon spekuliert, wer denn nun gegen Usman kämpfen wird. Ich habe da auch gesagt, hey, Covington wird nicht den Titelkampf bekommen. Deshalb bucht die UFC aktuell Covington gegen Mars Vidal. UFC-Boss Dana White ist da sehr zuversichtlich. Die UFC will nicht Covington gegen Usman 2, sondern Usman gegen Gilbert Burns, eben weil man Burns damals schon diesen Titelkampf gegeben hat, beziehungsweise ihm diesen Titelkampf versprochen hat. Und weil er eben erkrankt war, ist dieser Kampf ausgefallen. Nun holt man ihn nach. Auch wenn es relativ spät nachgeholt wird, die beiden hätten letzten Sommer gegeneinander kämpfen sollen. Damals, als Jorge Mars Vidal auf Short Notice eingesprungen ist, das war eben das Event, also Mars Vidal gegen Usman war das Event, bei dem wir eigentlich Usman gegen Burns sehen sollten. Damit hat die UFC nun einige sehr, sehr, sehr starke Kämpfe in der Pipeline. Wir haben jetzt im Januar-Pay-Per-View McGregor vs. Pauli. Nächsten Monat Usman gegen Burns. Dann haben wir Adesanya gegen Blachowicz im März. Plus Volkanovski soll ja auch noch gegen Brian Ortega kämpfen. Plus die UFC will ja auch noch im Frühjahr Francis Ngannou gegen Stipe Miocic. Ich weiß nicht, in wie viele Pay-Per-Views die UFC diese Knaller-Kämpfe reinpacken möchte. Ich kann mir gut vorstellen, dass man das auch ein bisschen aufsplittet, weil ein Stipe vs. Ngannou, das kann kein Co-Main-Event sein, zum Beispiel von Usman gegen Burns. Aber Usman gegen Burns kann auch kein Co-Main-Event von einem Stipe gegen Ngannou sein. Deshalb bin ich mal wirklich gespannt, wie die UFC das buchen wird, ob wir wirklich zwei Titelkämpfe sehen werden. Wir wissen, wir hatten letztes Jahr auch Pay-Per-Views mit drei Titelkämpfen. Das war eben letztes Jahr bei diesem Usman gegen Mars Vidal Event. Da hatten wir Usman gegen Mars Vidal Titelfight, Holloway gegen Volkanovski Titelfight und Piotr Jan gegen Jose Aldo ebenfalls ein Titelfight. Nun hat die UFC also Usman gegen Burns in der Pipeline. Ist noch nicht unterschrieben, aber alle Parteien haben zugestimmt. Es ist also nur noch eine Frage der Formalität. Und dann war es auch das schon mit dieser Episode. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich freue mich auf eure Bewertungen, auf eure Kommentare und Co. Und damit hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.